Moin Moin und herzlich Willkommen zurück bei Mushroom Kingdom Meltdown 2 Letztes Mal haben wir dieses bescheuerte Schloss nach, keine Ahnung, einer halben Stunde an NIST erledigt und jetzt sind wir in Crazy Hills 5 Oh mein Gott, bitte NIST Ekelhaft Obwohl das geht ja noch So, wenn ich niemals hier auf Voll gesaugt zu sein, ich taus hier ganz Okay, ich hab nichts gesagt Ich wollte sagen, dass hier wär ganz in Ordnung, aber da kommen wir wohl noch paar schwierige Sachen auf uns zu Aber die Musik ist auf jeden Fall klasse Für die Leute, die es nicht erkennen Ähm, Donkey Kong Country 2, ähm, die, ähm, wie hießen die Levels da nochmal? Diese Levels... Uh... Ähm, die Levels im, ähm, den, ähm... Dornene Ranken nenn ich sie einfach mal Wieso war jetzt der Knopf da gut überhaupt? Hm, seltsam Aber bis jetzt ist dieses Level hier GANZ in Ordnung So schnell dahin, könnt ihr vergessen Verdammt Oh mein Gott Da war ich wohl zu freudig Gut, dann halt das gleiche noch einmal Die ist mal mit Ruhe und Gelassenheit Gut, jetzt aber... Also... Langsam und sicher, hier vorbei, so. So sollte es gehen. Mir war nur nicht vorhin bewusst, dass ich das hier mit... Nein, das geht nicht. Wo ich denn hier gedrückt hatte, waren ja keine mehr gekommen. Ah, ne. Solltsam. Letztes Mal war dies aber der Fall. Äh, wie mach ich das jetzt am besten? Äh, jetzt hier hin. Und jetzt hoch. Okay, gut. Mario sieht sowas von fatt aus. So, jetzt sind wir fast da. Jetzt legen wir hier noch das Ding ab. So, was haben wir denn hier? So. 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 Entschuldige. So. 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 Ach du meine Scheiße... Wie NET... Ist das hier denn? Wieso sie ist... OOOH mein... OOOH OOOH Ist das hier ein rotes Label? Ja, ist es. Okay, dann müssen wir wohl hier durch... Nein... So... Und hoch... Nö... Nö... Nein... Gut... Ähm... Jetzt... Zu spät... Zu hoch... Zu früh... Äh ne, zu spät, ja... Nein... Gut... Gut... Ähm... Ach du meine Güte... Gut... Das herstellt... Und hier... hoch... runter... Verdammt... Schneller... 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 Zu schnell... Äh... Konzentration jetzt hier... So... Nein... Nein... Oh... Soll zu stellen... Sind wirklich die Stellen, die ich hasse... Gab's ja auch schon im vorigen... Schloss in diese Richtung... Ich hätte gehofft, das würde aufgehen... Hat es aber leider nicht... Okay... Das war falsch... Und... Komm... Ähm... Ja... Guuuuut... Das war... Interessant... Aber machbar... Wo führt das hin... Ne... Abkürzung... Oah... Mh... Okay... Aber... Ja... Hab ja... Nattes Cape bekommen... Hoffentlich einfach mal, dass ich das nicht... Sofort verliere... So... Spin... Verzack... Mach... Tudum... Du... 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 Nee... Ich müsste gern das Cape behalten! Äh, wie ging das nochmal? Genau, hier so runter und dann hoch. Gut. So, und jetzt hier weiter. Das dürfte eigentlich nicht schwieriger sein, als das, was wir schon hatten. Und was ist das für ein Scheiß? Oh, wie mich soll diese Sachen aufregen. Oh, pfff. Wie zu... Nein, das... Wie soll das dann bitte gehen? Ne, das wird zu weit. Okay. So, jetzt... Oh, geht doch. Weiter, 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 weiter. Okay, das hier ist recht einfach, weil die Swartz-Weiß-Zone war ja da deutlich schwieriger. Nein. Genau, so ist die Sache, Herr Hasse, ist einfach bei... Und so sind Szenen in diesem Spiel. Man sieht wirklich nie genau, ob es jetzt reicht oder nicht. Da auch wieder. Und... Die Boxen sind einfach... Nicht genau dargestellt. Aber das ist ja schon das Ende zu sein. Gut. Nattes Level, sehr gimmickhaft und trotzdem noch auf jeden Fall machbar, nicht so wie das Gastregel. Es war ja da pure Horror-Trap-Gaster. Gut. Jetzt noch dieses Level hier und dann reicht das auch für heute. Nehme ich mal an. Was machst du denn hier? Okay, was haben wir hier unten? Rettel-Time! Wir gehen jetzt hier runter. Ähm... Oh... Ist das überhaupt machbar? Gut. Ähm... Ich bin jetzt einfach mal aus der Welt geflogen. Ich bin jetzt einfach mal aus der Welt geflogen. Ähm... Was bringt mir jetzt das... Ah... Oh... Verdammt. Ich muss das mitnehmen. Für die Leute, die da... Die Musik nicht da kennen. Wenn ich mich recht erinnere. Offbound oder Modern. Irgendwie sowas. So... So... Offbound. Ist ja nicht Möder 2. Ich glaube es ist irgendein... Möder Teil. Zwei oder drei. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Und das alles für ein Leben. Ach wie schön. Oh ja. Das hier macht ja so viel Spaß. Gib mir meine Feder. Ich möchte die gerne hauen. Vielen Dank. Ein Pilz wäre noch natt. Ich nehme mir das mal jetzt. Und dann rutschen wir hier runter. Ich muss hier weg. Nein. Nein. Mein Cape. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Komm Ende. Nächstes Mal dann... Water Climb. Also dann Leute. Ciao, ciao. Und bis übermorgen. Ciao, ciao.